Grüß Gott, liebe Leute. Ich präsentiere Ihnen heute den Traum der Stuttgarter Kickers. Wir haben Fortuna Düsseldorf 3 zu 0 weggeputzt. Es ist ein einmaliges Erlebnis für mich. Übrigens, ich bin Anthony Baffo, Mittelfeldspieler der Stuttgarter Kickers. Der Ghanese Anthony Baffo war in der Kabine nach dem triumphalen Erfolg der große Alleinunterhalter. Hau dich weg, Flaschen, die Kippe! Ein Grotter meiner Freundin in Afrika. Und noch andere Arzern und denen. Die können zwar besser Garnabar feiern, und das sind auch mir schneller und besser. Riesen-Scheri war das, feierlich. Riesen-Scheri war ja. Aber du bist die Sprache der Bruch, gell? Riesen-Scheri war ja. Die Fahrkarten nach Berlin. Zu mir hat auch hier ein Heimer gelb, aber wir sind immer Brüder, schwarz und schwarz. Ja, 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 der erste schwarze Mann, wo ein Mensch ist. Lohin, sehr schön. Ole, kicker, stocken! Ole, 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 kicker, stocken! Ole! Im benachbarten Massageraum der Trainer alleine mit Tränen in den Augen. Er kann es immer noch nicht fassen, die Kicker sind im Pokalfinale in Berlin. Egal, ich hab das gelb, was ich aber nicht so飯 undада. Aber ganz schön, ich kann es nicht so sein, als ich die Brüder geänzen bin bin. Das ist eigentlich so. Und dann, danke. Und dann wird das, was ich jetzt hier. Und dann wird es da, das noch nicht so gut,